Was glaubst du, werden inhaltlich so die großen Trends sein? Was sind die Themen, die aktuell bei euch stark nachgefragt werden, über die man dann nächstes Jahr up to date bleiben sollte? Also wirklich eines der größten Themen scheint immer wieder die Zukunft des Arbeitens zu sein. New Work, wie kann ich mein Unternehmen attraktiv gestalten, gerade auch für High Potentials, für die Gen Z. Ich glaube, das ist eines der größten Themen, was vor allen Dingen auch Mittelständler beschäftigt. Die sagen, ich habe jetzt vielleicht nicht so einen riesen Standortvorteil, aber ich muss halt gucken, dass ich meine Company zu einem attraktiven Arbeitsplatz mache und ich glaube, das ist eines der größten Themen. Und dann natürlich, alle wollen immer wissen, was sind die großen Trends, welche neuen großen Geschäftsmodelle kommen auf uns zu. Das ist ein Thema, was wir immer haben werden und was immer sehr stark nachgefragt werden wird. Und gibt es dann vielleicht irgendwie ein Thema, was vielleicht noch nicht so stark nachgefragt wird, aber wo du sagst, hey, das ist irgendwie total spannend, das ist so unter einem Radar und findest das, was du persönlich vielleicht auch ganz faszinierend findest? Ich kann mir vorstellen, dass das Nachhaltigkeitsthema sehr spannend werden wird. Also es ist ja schon sehr spannend, aber ich glaube, dass das ein größeres Vortragsthema aufwerden wird. Wie kann ich als Unternehmen einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten? Und das wiederum verbindet sich mit dem vorhergesagten, mit dem New Work Thema, weil ich glaube, dass das auch gerade für die junge Generation immer wichtiger werden wird. Ist mein Arbeitgeber eigentlich auch nachhaltig? Ich glaube, dass das ein sehr großes Thema ist. Spannend, weil das ist auch einer der Gründe, weshalb ich eigentlich auch immer gern über das Thema Generation Z eben spreche, weil es einfach so viele Facetten hat. Das ist natürlich das eine Thema Medien. Nutzen die Leute jetzt irgendwie TikTok oder Facebook? Das könnte Mobility sein. Kaufen die überhaupt noch ein Auto? Das könnte das Thema Ausbildung sein. Sollte ich überhaupt noch ein vier Jahres BWL-Studium in der Zukunft machen? Das könnte das Thema Work sein. Möchte ich überhaupt angestellt sein und 9 to 5 arbeiten? Oder will jetzt irgendwie jeder Entrepreneur werden? Ich glaube, das sind eben ganz spannende Themen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass Unternehmen eben das verstehen, um dann eben ganz viele Aspekte zu verstehen. Also einerseits, okay, Generation Z, wie verhalten sich meine Konsumenten in Zukunft? Aber eben auch, wie verhalten sich meine zukünftigen Mitarbeiter? Und was kann ich tun, um die überhaupt erst mal zu bekommen? Und die dann eben auch bei mir zu behalten und eben auch happy zu machen. Vielen Dank.